Ach, ne von hinten. Oh, falscher Knopf gedrückt. Oh, so. Danke. Weil die sind oben auf der Brücke, gammeln die da ab. Ne, die kommen hier oben vor, viele. Ah. Ja, über euch halt direkt. Ich war doch gerade bei euch in der Nähe. Ah, jetzt habe ich gerade einen Run. Ja, ich muss da eben recken. Barsch. Die kommen jetzt quasi rechts im Innenhof an, gleich vier Stück. Da oben ist aber eine super Position. Sehr gut, alle weggeheizt. Jawoll. Und war doch kaputt, Junge. Genau. Müsste ja so ein Einspieler kommen. Ja, ne? Battlefields New Kids Edition. Ey, geil. Boah. Das steht ja da hinten mit einer M16. Schatz mir im Kopf um Vollheit, ey. Selbstmord. Ich habe einen Selbstmord gemacht. Toll, Peter. Dann kommst du nicht in den Himmel, ey. Ach ja, stimmt. Komm in die Hölle, ne? Ja. Eben, so sieht es nämlich aus. Man denkt ja, man muss immer die Hellspacks der anderen kaputt schießen. Habt ihr eigentlich den Battlefield 3 Screenshot, wo der T-Rex da auf der Map war gesehen? Ach so, ne? Ja, den gab's. Da war jetzt die Diskussion, ob das ein neuer DLC wird. Battlefield Jurassic Park. Ja, das wäre schon nice, wenn man gegen die Ninosaurier kämpft. So, wenn man es reiten könnte und dann mit dem Schwanz alle wegschlagen. Genau. Ja, aber ich meine, jetzt haben die Zombies den Markt überschwemmt, jetzt kommen die Ninosaurier dran. Überschwemmen den Markt. Ich glaube, ich habe ja schon recht viele Zombiespielen in der Zeit. Ja, aber es kann nicht nie genug geben. Finde ich auch. Ich mag Zombies eigentlich immer noch. Das ist ein tolles Feindbild. Das ist wie bei Ralf Reichs, ne? Ja. Der Zombie da. Ich habe es leider nicht gesehen, noch nicht. Der Gassenauftritt vom Zombie. Ja. Haha, der ist runtergefallen. Schieß doch, mein Gott, ey. Drei Stück hätte ich jetzt so wegholen können. So ätzend. Ach. Okay. Oh. Oh. Oh Mann, hoch. Hilfe bei Kill 20. Weiß ich, ich lege den so schön ab, ey. Ja, ärgerliches Hilfbar-Kill 100. Es gibt ja einen Robin Hood. Äh. Hatte ich auch schon. Ah. Tag. Robin Hood Tag? Ja, habe ich gerade gehabt. Das kriegst du wahrscheinlich, wenn du eine mit einer Armbrust killst oder so. Achso. Ach, nimmst du die Armbrust gerade aus? Ich habe sie nicht oder hat man die automatisch, wenn man Aftermath hat? Dann solltest du die haben. Okay. Wer hat die? Ich meine jeder, der ist in dem dritten Slot. Ah, okay. Muss ich schon. Oh, schon wieder hat mich jemand getötet. Ah, der Mom weggehackt. Ah, gut. Der hinten ist direkt einer geradeaus. Verlieren wir das oder, oder, oder geben wir den Weg gerade? Ach, guck mal, ich kann das eher unendlich Granaten spawnen hier. Geil. Ja, doch nicht. Ist gar kein, doch ist wohl eins. Äh, wir gewinnen gerade. So weit ich das beurteile. Ja, ja, schon ziemlich gut aus. Hallo? Oh, Hilfe bei Kill94, Mann. Bist du tot? Oh, da kommen richtig viele hoch jetzt. Hui. Oh, Mist. Oben links, oben links. Ja, einen weggeholt. Oh mein Gott. Ja, wirklich, oh mein Gott. Oh, we're down. Achso, der ist schon tot, der steht da so rum. Boah, ja, genau. Oh, der fuck. Das war grad. Weißt du, da kommen drei Leute um. Wir sind alle draußen am Innenhof auf dem oberen Balkon. Ja, da kam eine richtige Gruppe rum. Ja. Super Heft. Das ist eine Verschwörung. Extrem. Renn da mal hoch, ich bin Sturmsoldat. Das ist halt keiner mehr. Ah, A wird grad eingenommen, wenn es ihn geschafft zu A zu kommen. Oh, da war doch noch einer hinter der Theke. Wat für ein Wichser, ey. Wat für ein Homo. So, nochmal hin. Warum spawne ich nicht einen bei einem von euch, sondern immer nur hier. Ma, da war einer drin in dem scheiß Raum, ey. Wie ätzend. Boah, ich brauch mal mehr in eine gute Position, ey. Jetzt wirst du von eben weggehalten. Boah, ich auch, ich muss hier mal weg. Ja, vielleicht fängt aber die Musik an, hier. Ich glaub auch. Und wenn die Musik spürt. Oh mein Gott. Boah, Sniper draußen. Da oben. Oh. Ach. What, ich bin nur gedroppt. Shit. Super Drop. Ach so. Ja, noch neun Kills. Den haben wir schon. Ja, das ist ja schon wieder lebend. Das ist Schulmilch, boy. Ja, das ist tot. Und Ende. Ja, hast du einen Kill gemacht. Ja, ich bin doch gerade umgekippt hier. Ja, ha, ha, ha. Aber das ist, glaub ich, nicht unser Verschulden. Das war der Grantlbad. Ja, noch vier Tor. Ach so, jetzt siehst du, wir sind auf der guten Seite jetzt. Ja. Jetzt ist klar. Jetzt kommen die ganzen Ribbons. Ich glaub, eins hängen wir da noch dran. Ja, würd ich auch sagen. Ein Match machen wir noch, ne? Zockst du dann gleich noch mit den anderen, ne? Ne. Zu spät dann, ne? Musst du noch was machen. Ja. Ich hab da noch was vor mir, was ich noch machen muss. Watt denn? Noch was hochladen. Ah, okay. Leidst du es nur hoch oder stellst du es auch richtig frei? Ne, nur hochladen. Okay. Und morgen dann starten lassen. Wie findest du das neue Design? Das YouTube-Dieser? Ja, geht. Echt? Das ist so super. Okay. Mir gefällt das auch nicht irgendwie. Ja. Wo Gewöhnungssache, ne? Ja, gut. Das werden halt weniger Videos sofort angeboten. Ja. Finde ich. Das ist, glaub ich, schon das vierte Design, jetzt seitdem ich da bin. Ich kann dir das noch mit den Sternen. Los geht's. Yay. Wir brauchen einen Schlachtruf. Basinga. Ne. Für Bier und Brüste. Bier und Brüste. Dann gefällt mir halt Bier nicht. Ja, Bier gefällt mir auch nicht so. Echt? Ja, dann gib mir das Bier. Ja, wir trinken nicht so gerne Alkohol. Nur manchmal. Ja, aber so wie der, oder wie manche auf der Arbeit so. Ja. Täglich ne Flasche oder zwei oder drei. Ich hol drei Kisten Bier die Woche. Ja, voll krass. Okay, das ist schon der Alki. Ist das bei euch so? Ne, eigentlich nur der eine. Okay. Aber das reicht schon. Der trinkt ja mit für die anderen dann. Genau. Der ist ja nicht auf der Arbeit, der trinkt ja nur zu Hause, ne? Achso, okay. Aber dann extrem. Wir hatten auch mit dem Bundesheer immer einen, der ist immer so, der hat am Tag dann so sechs Bier getrunken und ist dann besoffen in die Kaserne immer gekommen. Achso, scheiße. Ja, immer sechs Bier, immer sechs Bier. Und um zwölf Uhr voll laut an die Tür aufmachen und alle haben schon die Pen. Ja, zwei Stück weggelackt, ey. Wie der da hinten runtergefallen ist, hat der immer nice aus. Oh, der geht zu uns. Ist der da los? Da da hinten? Na, ihr wisst mal, wo sind die denn? Okay. Nee, ihr wisst mal bitte nicht wiederbeleben, wenn es einer von euch ist, ja? Ja, klar. Musst doch nicht annehmen. Ja, vergess ich immer. Ich auch. Außerdem muss ich ein lange E drücken, das ist mir zu anstrengend. Oh, Mist. Hätte ich mal gewechselt, ey. Hi. Hi. Blende mich doch mal. Das mach ich auch. Lol, ich war aber auf deinen Kopf gezielt, schieß und treff hinten einen, irgendwo, den ich gar nicht gesehen hab. Ja, geil. Ja, da wollte ich doch dich töten. Durch die Frisur hindurch. Ist ein Sheet. Wenn du mich angreifst, triffst du immer einen anderen, automatisch. Ah, geil. Lol, die Flagge hab ich im Vorbeirennen mitgenommen. Krass. Was? Pimmel hier nicht im Weg rum. Hier ist keiner. Ist doch geil, wenn du eine Granate wirfst und da ruft einer, Achtung, Granate, dann weißt du genau, da ist einer. Ja, eben, da mach ich auch noch. Hier ist keiner. Da aber. Oh, scheiße, ne Granate. Oh, fuck, 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 lanach. Oh, sehr gut. Lol, Hilfe bei Kill 16. Ihr habt den im Kopf geschossen und der andere hat den weggestaubt, ey. So, das stehe ich ja. Geil ist doch, wenn du in die hintere Wand läufst und dann kippst du um. Aber das hat mit dem Ping zu tun, für die Leute, die es nicht wissen. Jetzt fragen sie mir alle, was ist der Ping? Ich glaube, wir werden von rechts hinten kommen. Oh. 71, Hilfe bei Kill. Da wird meine Wutbubble immer größer bei ihm. Ja, beim Zocken, ne? Ich muss ja wissen, wie groß Marvins Wutbubble wohl ist. Boah. Heftig, ne? Ja, wie letztes Mal beim Black Ops. Ich zock dann nicht mehr, hab ich keinen Bock drauf. Ja. Super, super, Peter. Haben die gerade angestimmt, hast du nicht gesehen? Also, war der? Ja. Schießt den Medikals weg. Ich hab ja immer den Chat aus, der denkt ab. Mir fällt der gar nicht aufhängig. Oh. Lol, den hab ich doch wohl mal getötet. Immer so'n Abstauber. Heftig. Ätzend. Boah, wie der da weggeflogen ist. Das sah cool aus. Das sah nice aus. Also voll die offenen Toiletten, ne? Ja, immer. Wenn da einen abdrückst, er merkt direkt jeder. Finde ich schlimm. Oh. Ja, in Berlin hatten wir auch mal ne offene, oder ein offenes Badezimmer. Okay. Ich mein, die Toilette war separat, aber das Waschbecken und Badewanne, die war so mit im Raum drin, wo das Bett war. Also. Ich glaub, A geht's gerade richtig ab. Da hast du ja bei C rum. Ich bin eh immer so, voll wibbelig und renn überall rum. Ich geh auch mal nach C. Schieß jetzt mal auf mich. Alter. Das haben wir da konzentriert. Konzentriert. Hier ist ein Medikit. Oh, hab ich mal einen. Vom Dach, ey. Weißt du, SKS 72 Sterne. Das heißt, der hat damit schon 7200 Leute gekillt. Da hätt ich ja Bock drauf. Ja, zwei Stück weggeschrubbt mit der Pumpe. Mit der Saiga. Nimm ich halt die, wenn die, mein ich, wer ein Noob sonst. Genau. Ja, das ist die Saiga. Sieht aus wie ein Maschinengewehr. Ist auch kein Maschinengewehr. Ne, ist nämlich ein Stromflinte. Ja, und dann vorne auch. Das ist eigentlich für die viel beschissener. Weil dann hast du nämlich eine Stromflinte, die auch noch schnell nachzuladen ist. Boah, ne Claymo lag da, ne? Geil. Claymo ist doch geil. Auf engen Räumen, wenn man mich seht, wäre ich echt gescheit. Also im Moment mache ich mit der Saiga einmal zwei kaputt, bevor ich sterbe. Das ist gut. Das kann so weitergehen. Das ist okay, hör mal. Bin da eingekillt? Den verpasse ich ein neues Arschloch. Das ist auch mal ein cooler Spruch hier. Boah. Boah. Boah, oben oben. Ich brauche hier Hilfe. Nein. Ja, ich bin Medic, aber ich heil dich nicht. Und deine Freunde heil dich auch nicht. Ich bin jetzt da nur daneben geschossen, weil ich nur verschwommen gesehen habe. Und wieder zwei weggekillt. Ich brauche hier nicht anlegen, also. M416 war grad ziemlich gut. So, lass dich jetzt mal schön in die Claymo laufen. Saiga 12k? Ja, genau. Ja. Ah, okay. Gut, mach mal ne Gang. Ich brauche gleich vor euch. Achso, das ist ne fette Schrotflinte. Oh Mann, oh. Ja, aber die lädt auch sehr schnell nach. Da ist das geile da dran. Wow. Das ist die geiler. Ja, die. Bam, bam. Tod. Ja, aber die ist super. Boah, Double Kill. Warum verrätst du mir das jetzt, Mann? Vor allem die Schrotflinten-Nobs. Die ist super. Schon wieder gekillt. Ja, die ist auch geil. Die schiebt eigentlich noch relativ genau. Ja, voll. Boah, Saiga. Alter, Alter, Alter. Oh. Aber was mich jetzt anfuckt, ist, dass ich jetzt ne Claymo hab, aber kein Medikit mehr. Ich hab gern selber ne Klasse. Ja, ne. Find ich auch cool. Aber gut, die geht halt wirklich nur ganz. Ganz nahe, die Saiga. Wenn du die Schrotflinten hast, kannst du ein bisschen die Stunt halt auch haben, aber die ist halt wirklich voll vernagert. Ja, aber ich find die geil, die Waffe, ey. Die ist super, ja. Die rollt auf der Map nicht gesehen, ey. Auf der Map macht die wirklich Sinn, halt. Ja, und vor allem an der Dao stört mich so, dass man die so lange nachladen muss. Das stimmt. Weil dann klick, klick, alles einzeln rein. Ey, der lässt sich voll die Zeit so. Ist ja nur im Krieg so, weißt du? Eben. Ja, genau, sind da zwei Stück in dem scheiß Raum, ne? Hat der dich gemessert? Ne, ich wollte, ich wollte den messern. Aber hat er dich oder hat er dich noch abgeschossen? Ne, ungeballert hat er da mich. Ah, okay. Ja, Shotgun Ribbon. Wollt ihr grad spawnen nehmen? Warte, ich glaub, da brauch ich auch ein paar. Schüsse noch. Jawoll. Das Einsatzziel ist weg. Homo. Lolo. So. Ah, die haben wir aber schön angebasht in allem, zumindest. Aber durch Clamer laufen bei mir nie so viele, weißt du? Ne. Oder ich krieg ja nicht mit so einer Action. Alter, hältst du drauf, geht die Waffe irgendwo nach oben. Ui, da bin ich wieder. Ah, ja, das, bitteschön. Vor allem mit der Saiga triffst du auch aus der Nähe super easy den Kopf, ey. Hohoho. Tschüss, ihr Flaschen. Doppelter Kill. Boah. Ah, sauber. Dankeschön. Oh, fuck. Die ganze Maschine wäre leergeballert. Boah. So, wo bin ich hier? Alles klar. Ach. Flagge verteidigt. Wenn ich hier mal daneben geballert hab. Warte, ich komm mal zu dir, Ted. Ja. Ah, cool. Ich will mal ein bisschen A halten. Die kommen eh hier hin. Warte, ich mach mal ein paar Claymos hier hin. Ja. Ich hab die nicht. Mit wem hat man die? Ach, da. Oh, Avenger Medals. Versorger. Versorger. Befördert, 35. Ja, siehst du, jetzt hast du den coolen Banner, man. Jetzt wird's, jetzt geht's ab. Ja genau, jetzt war da. Jetzt geht's ab. Das ist die psychologische Hürde, die ich nehmen musste. Spürst du schon? Ja, genau. Die Motivation, wie sie steigt. Also hier, ich hab grad gemerkt, hier die Pose ist echt geil. Ich hab keine Lust zur Wahl, bis sie kommen. Aber der Waffe kann ich das vergessen. Ich muss mal von außen hier hinten rein bei denen. Oh fuck. Aber cool. Boah, krass. Klapp mal eben schnell nach. Ich bin nicht an der Sonne, ich bin auf Toilette. Ja, Leute. Es ist ein bisschen zu kill, ne. Boah. 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 Saal. Ich bin ein Nemesis Opfer. Ja, dann bist du schon 5 mal gestorben. Von demselben. Von mir. Ja, aber ich hab Nemesis 50, äh, Nemesis Opfer 50 krieg. Ah, okay. Heißt? Dich hat 5 mal derselbe umgebracht, oder warte... Aber warum krieg ich da 50 Punkte? Ne warte, dann ist halt andersrum. Dann hast du 5 mal denselben. Ich bin das Opfer, dann hast du 5 mal denselben gekillt. Genau so rum. Ah. Sehr gut. Na gut, an dieser Stelle sag ich mal, sobald die Sachen hier durchgelaufen sind... Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschau.